Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Zerstörung der Verderbnis anzunehmen bei Goldseek der Tausende in Tiefenheim an dieser Stelle. Vorquest war unnatürliche Ursachen. Wir müssen Wunderwachstumsmittel von Pavlov besorgen. Ok, mal schauen wo wir die finden. Müssen wir dafür Mobs töten, liegen die einfach so in der Gegend. Wie sehen die aus? Sind auch andere Gegner mit dabei, als was die Quest-Items droppen. Fragen über Fragen. Hier bin ich anscheinend schon im Quest-Gebiet. Und wir kommen jetzt an diese Wunderwachstumsmittel. Ah, schaut mal. Also, das hier ist das Quest-Gebiet. Und diese Wunderwachstumsmittel liegen einfach so auf dem Boden, wie es aussieht. Das sind diese Säcke hier. Müssen wir gut Ausschau halten, damit wir keins übersehen. Und natürlich sind auch Gegner in der Nähe. Hab ich's doch geahnt. Und Patrouillen sind auch noch dabei. Geh! Da ist direkt noch ein Sack. Da hinten ist auch noch ein Sack. Jetzt hab ich schon gedacht, dass sie was addet. Okay, da es jetzt immer dasselbe ist, werde ich eine kurze Unterwechung machen. Und mich wieder melden, sobald ich alle Unterwechstumsmittel habe. Ihr seht, hier ist auch noch einer. Dort sind auch welche da. Und im ganzen Quest-Gebiet müssen auch noch welche sein. Nicht wegschalten. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Das Ganze ging auch ziemlich flott. Teile spawnen auch sehr schnell nach. Quest ist dann abzugeben bei Gorsig der Tausende in Tiefenheim. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach Video positiv bewerten und oder meinen Kanal abonnieren. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnieren-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wer wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao. Thanks.